Der Standard für verschleißfreies Anfahren und Bremsen. Die Ford Turbo Retarderkupplung FIAP ist maßgeschneidert für die neue schwere Mercedes-Benz-Fahrzeuggeneration. FIAP vereint die Funktionen verschleißfreies Anfahren und verschleißfreies Bremsen in einer Komponente. Ob beim Anfahren im umwegsamen Gelände oder mit hoher Tonnage, ob beim Rangieren in extremer Steigung oder beim Bremsen im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Die Turbo Retarderkupplung bewältigt alle Anforderungen mit Leichtigkeit. Mit FIAP erfolgt das Anfahren bei Motordrehzahlen von 1100 bis 1300 Umdrehungen pro Minute. Das ist der Bereich, in dem der Motor sein maximales Drehmoment bereitstellt. Beim Anfahren ist die Reibkupplung geöffnet. Das Pumpenrad ist mit dem Motor, das Turbinenrad mit der Getriebeeingangswelle gekoppelt. Mit Betätigung des Fahrpedals strömt Öl zwischen die beiden Schaufelräder und das Drehmoment wird vom Pumpenrad über das Öl auf das Turbinenrad übertragen. Dieses setzt sich in Bewegung und damit auch das Fahrzeug. Die Ölmenge ist stufenlos regelbar und bestimmt das Drehmoment. Die Turbo Retarderkupplung FIAP reagiert jener Fahrerwunsch und Fahrsituation sowohl feinfühlig als auch dynamisch und überträgt höchste Drehmomente. Das System nutzt das verfügbare Drehmoment des Motors vollständig aus und bietet maximale Anfahrtzugkraft bis zur Traktionsgrenze. Dabei ist FIAP-Temperatur stabil und schont den Antriebsstrang. Nach dem Anfahrvorgang schließt die konventionelle Reibkupplung und übernimmt die Drehmomentübertragung. Die Turbo Retarderkupplung wird entleert. Es entsteht ein rein mechanischer Antriebsstrang mit sehr hohem Wirkungsgrad. Im Rangiermodus wird bereits ohne Fahrpedalbetätigung Öl zwischen die Schaufelräder gefüllt und ein Vortrieb erzeugt. Der LKW lässt sich nun mit dem Bremspedal kontrolliert positionieren. Verschleißfreie Drehmomentübertragung und Temperaturstabilität garantieren dem Fahrer höchste Fahrzeugverfügbarkeit. Auch mit schwerer Last, bei häufigen Anfahren, langem Rangieren oder bei extrem langsamer Fahrt. FIAP nutzt als Primärretarder die Übersetzungen des Getriebes. Damit stehen selbst bei niedriger Fahrgeschwindigkeit hohe Bremsmomente zur Verfügung. Der Fahrer aktiviert den integrierten Retarder entweder mit dem Bremspedal oder mit dem 5-stufigen Multifunktionshebel. Beim Einschalten des Retarders wird das Turbinenrad mit der Turbinenbremse am Gehäuse festgesetzt. Öl strömt zwischen die beiden Schaufelräder und erzeugt ein Bremsmoment am Pumpenrad. Über die geschlossene Reibkupplung und das Getriebe wirkt das Bremsmoment auf das Fahrzeug. Auch beim Retarder ist die Ölmenge stufenlos einstellbar und bestimmt das Bremsmoment. Anfahren in einer Steigung? Kein Problem. Die Rollsperre verhindert ungewolltes Zurückrollen am Berg. Sie löst die Bremse in Verbindung mit FIAP erst, wenn Vortrieb und Hangabtrieb im Gleichgewicht sind. Mit etwas mehr Druck auf das Fahrpedal bewegt sich das Fahrzeug bergauf. FIAP lässt sich so präzise dosieren, dass Anfahren damit bei schwierigsten Traktionsverhältnissen noch möglich ist. Weniger Druck auf das Fahrpedal und der LKW rollt kontrolliert zurück. Abseilen. Das ist millimetergenaues Rückwärtsrollen mit eingelegtem Vorwärtsgang. Neben der klassischen Anwendung im Schwerlasttransporter überzeugt die Turbo-Retarder-Kupplung FIAP insbesondere im schweren Kippereinsatz. In Minenanwendungen, in Baumaschinen und Holztransportern, sowie in Kran- und Sonderfahrzeugen. Der zuverlässige Partner beim Anfahren und Bremsen unter schwierigsten Bedingungen. Die Turbo-Retarder-Kupplung FIAP von Vort. Vort. Engineered Reliability.